Bei diesem Kundenprojekt wurden wir vor mehrere Herausforderungen gestellt und dazu kamen noch drei Maßanfertigungen. Wie wir damit umgegangen sind und welches Endprodukt hier entstanden ist, das präsentieren wir dir in diesem Video bei dieser Küchentour und dabei wie immer viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen! Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen tut alles gut und das kommt von Küche gut. Und damit es eine gute Küche werden kann, bedarf es manchmal eines etwas längeren und steinigeren Weges. Diesen sind wir hier gemeinsam mit unseren Kunden gegangen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Welche Herausforderungen wir hatten, welche Sonderlösung wir gefunden haben und was wir noch an Sahnehäubchen, an Herausforderungen bekommen haben, das verrate ich euch in diesem Video, aber halt im Laufe des Videos Stück für Stück. Also dranbleiben und bis zum Ende schauen. Ja, wie war denn hier der Anfang des Projektes? Das Projekt selber hat Katrin, meine Frau und ich, wirklich von Anfang bis Ende haben wir das gemeinsam begleitet und geplant. Die Kunden kommen aus Dresden, die Küche steht in Dresden, das Ganze ist auf Empfehlung passiert und die Kunden sind mit einer gewissen Erwartungshaltung auf uns darauf zugekommen, denn in diesem Raum sollte nach ihren Vorstellungen eine L-Küche entstehen und ganz schlichte Dekore haben. Dass die Dekore jetzt gerade nicht schlicht sind, ich glaube das sehen wir alle, denn wir haben hier dieses Projekt mit Ballerina-Küchen umgesetzt. Wir haben hier eine Mattlack, eine Echtlack-Front in Viktoria-Grün und das Ganze haben wir kombiniert mit einer Smartglas-Front. Jetzt Achtung, in Hochglanz-Creme. Die Kehlleisten sind im Bereich Viktoria-Grün in Schwarz ausgeführt und im Bereich Smartglas-Hochglanz-Creme haben wir Macaron-farbene Kehlleisten gewählt. Das Ganze wird gedeckelt von der Arbeitsplatte und die hat das Dekor Ferro-Schwarzgold. Jetzt hatte ich eingangs erzählt, unsere Küchenplanung war lang und steinig. Warum war das so? Denn unsere Kunden waren bei zwei, drei Anbietern vor uns und wurden dort quasi desillusioniert. Das heißt, sie hatten eine ganz bestimmte Vorstellung und alle Anbieter vor uns haben gesagt, dass es nicht geht. Zum einen eine grüne Küche und zum anderen eine Planung mit einer Insel bzw. einer Halbinsel, wo dann auch noch ein Essplatz mit integriert werden kann. Wurde unseren Kunden abgeraten, wurde gesagt, das geht alles nicht und Katrin hat in der Bemusterung drei Stunden beharrlich mit unserem Kunden gearbeitet und hat den verschütteten Farbwunsch wieder an die Oberfläche geholt. Und ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unsere Kunden sind mega happy. Ja, und bei der Küchenplanung dann genau das Gleiche. Warum? Wie gesagt, hier ein L rein sollte, das schauen wir uns jetzt an, denn wir haben ja hier unsere Hochschrankanlage. Wer von der Seite drauf guckt, wird sehen, dass die Hochschrankanlage von der Wand vorgezogen ist. Warum ist das so? Denn wir haben hier in dieser Eigentumswohnung hinter unserem Dampfbackofen die Wasseranschlüsse. Für den Dampfbackofen ist es natürlich sensationell, denn wir haben hier ein Gerät mit Festwasseranschluss. Aber für die Spüle und den Geschirrspüler, die sich jetzt hier befinden, ist das natürlich nicht ganz so clever. Also was wurde hier getan? Der Sanitär hat das Wasser und das Abwasser von hier nach hinten gelegt und ist auf der Wand auf Putz hier rüber zum Spülenbereich gegangen. Natürlich alles unter Berücksichtigung der Vorgaben. Wir haben für das Abwasser das entsprechende Gefälle. Das hat alles wunderbar funktioniert. Also konnte man hier in der Planung richtig frei sein, sich frei entfalten und wirklich eine schöne funktionale Küche, die natürlich hier im Wohnraum integriert ist, planen. Also wie gesagt, die Hochschrankanlage vorgezogen. Die Küchenzeile oder das Mittelstück dieser Küche auch mit einer übertiefen Arbeitsplatte, also vorgezogen, damit Wasser- und Abwasseranschlüsse hier wunderbar Platz haben. Vorteil von einer übertiefen Arbeitsplatte, man hat natürlich auch mehr Arbeitsfläche, beziehungsweise kann im hinteren Bereich was abstellen und hat vorne dann noch seine Arbeitsfläche. Die Hochschrankanlage, da sie vorgezogen ist, verblendet mit einer tiefen Wange. Die Wange natürlich in Viktoria-Grün hier an der Stelle lackiert. Passend natürlich auch der Sockel. Und wir haben hier begonnen mit einer Kühl-Gefrier-Kombination. Wir haben ein Miele-Gerät, Gerätenische 1,78 Meter mit dem Kühlteil und dem Gefrier-Teil, welches dann drei Frostfächer beinhaltet. Die senkrechten schwarzen Kehlleisten hatte ich schon benannt. Und wir haben hier natürlich, damit das Ganze optisch auch ansprechend ist, eine Tür mit Weitwinkelscharnieren und dahinter dann passend den Innenauszug und die Innenschubladen für den bequemen Stauraum. Dann haben wir hier ein Kompaktgerät, einen Dampfbackofen, ein DGC von Miele in komplett schwarz und darüber auch wieder eine Tür, wo sich dann Einlegeböden befinden und der Backblechhalter für die ganzen Dinge, die jetzt hier im Gerät nicht gebraucht werden. Die finden im Schrank darüber ihren Platz. Und das Ganze, bevor wir in die Ecke gehen, haben wir hier mit einem Apothekerschrank, mit einem Vorratsschrank an der Stelle abgerundet. Den schließen wir wieder und dann kommen wir zu einer Sonderlösung, die so vom Hersteller nicht angeboten wird, sondern die wir dann hier direkt selber gebaut haben. Und zwar haben wir hier ein Eckpassstück, welches natürlich auch von oben sichtbar ist, weil wir ja grifflos haben, die waagerechte Kehlleiste. Das Ganze natürlich auch beleuchtet, damit man das dann auch wunderbar sieht. Natürlich nicht wegen der Eckpassblende, sondern damit wir hier wirklich die schwebende Optik der schönen, schmalen Arbeitsplatte haben. Und das Eckpassstück ist zweigeteilt. Wir haben hier einmal Matlack Victoria Grün kombiniert mit dem Smart Class Creme Hochglanz und das Ganze hier wunderbar über den Gärungsschnitt auch zusammengefügt. Und somit läuft unser Victoria Grün in die Ecke und hier kommt unser Creme Hochglanz und trifft auf das Victoria Grün. Die Ecke selber haben wir noch, haben wir gesagt, wir sind hier in einem offenen Wohnbereich, abgerundet mit einem Jalousie Schrank. Den gibt es natürlich auch leider nicht in solchen Sonderfarben. Und dann haben wir überlegt, was können wir hier tun, damit das Ganze auch wie eine Einheit wirkt. Also haben wir hier einen Jalousie Schrank in Smart Class, schwarz, matt. Und da wir hier eine übertiefe Arbeitsplatte haben, natürlich auch ein Stück weit gebunden sind mit dem Wandmaß, weil dann kommt die Tür zum Floor, haben wir hier das Ganze noch abgerundet mit einem schwarzen Regal, weil so einen breiten Jalousie Schrank gibt es nicht. Die sind alle noch ein Stück breiter. Das Maß mussten wir dann ausgleichen in Form jetzt hier von einem schwarzen Regal. Und in der Planung haben wir das dann so gelöst, dass die Nischenverkleidung, die im Arbeitsplattendekor ist, dann genau auf das Seitenteil des Regals stößt und wir somit eine einheitliche Fläche haben und das Ganze sauber ineinander übergeht. Ja, den Übergang im Unterschrankbereich hatte ich euch erklärt. Die Wasserleitungen laufen hier dahinter. Somit hat auch hier wunderbar die Spülmaschine, auch ein Mielegerät, den Platz, ohne dass sie sich mit den Wasser- und Abwasserleitungen in Kollision kommt. Denn die Spülmaschine braucht ja immer auch die volle Tiefe, wenn ihr jetzt nur mit einer 60er Arbeitsplattentiefe arbeitet. Neben der Spülmaschine haben wir dann hier den Cooking Agent. Da wisst ihr ja, das ist mein persönlicher Lieblingsschrank, denn der ist für die Köche gedacht und gemacht, denn man hat hier wirklich die Möglichkeit, den sich so individuell zu gestalten mit einem Messerköcher, mit einem Köcher für Kochutensilien, Gewürze, Öle oder halt nochmal Ablageflächen, wenn ihr jetzt euren Pürierstab in der Nähe haben wollt. Also wirklich Cooking Agent 30 Zentimeter breit, ähnlich eines Unterschrankapothekers, aber halt meiner Meinung nach viel flexibler in der Nutzung. Dann 60 Zentimeter der Spülenschrank. Hier haben wir natürlich wieder auch auf die Symmetrie geachtet. Wir haben hier 60, 30, 60 und im Spülenschrank haben wir das Abfallsystem mit drei Abfallbehältern, einmal 22 Liter und zweimal 10 Liter, das Ganze frontgebunden und ihr seht es, denke ich mal, schon hier auf dem Boden haben wir natürlich auch den elektronischen Auswurf. Wir haben eine grifflose Küche und wenn man mal die Hände voll hat, ist das immer ein sehr schönes Gimmick an der Stelle und macht das Küchenleben leichter. Dann haben wir eine Spüle, eine Schockspüle mit der neuen Armatur. Die haben wir euch übrigens schon mal gezeigt in unserem Messevideo. Im Herbst ist es immer Küchenmesse und in dem Video haben wir euch die Schockamatur schon mal vorgestellt. Da war sie allerdings in Edelstahl. Hier jetzt die schwarze Variante und die Sichtteile, Drehexenter, Überlauf und Auslauf. Das Ganze auch alles in Schwarz. Die Spüle selber ist im Farbton Magma. Ja, die Nischenverkleidung natürlich nicht komplett hochgezogen bis zum Hängeschrank, sondern nur in einer Dreiviertelhöhe und das Ganze oben abgerundet mit einer schwarzen, modernen, eckigen Reling, wo dann auch nochmal der ein oder andere Küchenutensil seinen Platz findet. Ja, und dann sind wir natürlich wieder um die Ecke gegangen und da sieht man schon, das Eckpassstück ist ungleichschenklich. Das heißt, wir haben natürlich Richtung Außenwand natürlich auch eine Platzbegrenzung und die Verlängerung hier hat was damit zu tun, wie die Rückseite gestaltet ist. Und das schauen wir uns dann gleich an. Aber wir machen jetzt noch die Vorderseite der Halbinsel. Und ja, hier war jetzt natürlich die Herausforderung, das Kochfeld zu integrieren, wieder eine gleiche Optik zu gewährleisten und die Sitzplatzlösung zu integrieren. Hier war der Wunsch unserer Kunden, dass ein großer Esstisch Platz findet, beziehungsweise ein Esstisch, den man bei Bedarf in den Raum stellen kann, noch ausziehen kann. An der Stelle natürlich auch ein Lob an unsere Kunden. Die Auswahl der Stühle finde ich sensationell. Das sieht richtig gut aus, rundet das Küchenprojekt nochmal richtig super ab. Aber wir wollen uns ja jetzt hier mit den Schränken beschäftigen. Und wir haben hier in der Halbinsel zwei 80er Auszugsschränke in der normalen Tiefe. Das sehen wir ja hier, dass wir hier eine ganz klassische Arbeitsplattentiefe haben. Hier dann die Ecke, der Sprung. Die Ecke in der Arbeitsplatte übrigens wird vom Möbelhersteller direkt so gefertigt. Auf unseren Wunsch, auf unsere Planung hin. Aber die Herausforderung hier ist, dass Bora X-Pure, was ja einen 90 cm breiten Unterschrank futtert. Das hatten wir euch ja schon mal in unserem Video mitgezeigt, wo wir euch die kompletten Bora-Kochfelder einmal vorgestellt haben. Und wir haben hier aber nur platzbedingt einen 80 cm breiten Kochstellenschrank. Auch hier wieder unsere Maßanfertigung. Natürlich im Vorfeld, in der Planung mit dem Kunden abgesprochen. Denn wir haben die Korpusseiten des Kochstellenschrankes an den Seiten ausgeklingt, verjüngt. Und somit passt das Kochfeld hier auch in den 80er Kochstellenschrank. Der Kochstellenschrank selber hat zwei Auszüge. Der Schrank daneben, der hat zwei Auszüge und einen Innenschubkasten. Ja, und dann, damit das Ganze natürlich auch, weil sie grifflos ist, schick aussieht, die Kehlleiste oben und die mittlere Kehlleiste, die dann um die Ecke laufen und in der Rückwandverkleidung, die dann auch im Arbeitsplattendekor ist, enden. Und somit haben wir hier eine kleine Ecke, wo der Tisch eingeschoben werden kann. Und somit haben alle hier am Tisch ihren bequemen Platz. Ja, jetzt haben wir natürlich über eine praktische Küche gesprochen. Und wenn wir hier eine Halbinsel haben, ist natürlich der Strom, der hier schon ein Stück weit festgelegt war, bis hier vor zur Insel ein bisschen weit. Also haben wir zum einen links vom Kochfeld und dann hinten in der Ecke rechts noch mal jemals eine Doppelsteckdose eingebaut. Auch das Ganze in schwarz. Und wenn sie nicht benutzt wird, kann sie natürlich auch geschlossen werden. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Rückseite der Insel an. Die Ecke, die Ausklinkung, wir haben eine 16 mm starke Arbeitsplatte. Wir haben die Seitenteile auch, 16 mm stark. Das Ganze auch im Arbeitsplattendekor. Dann haben wir hier wieder einen großen Auszugschrank, der allerdings jetzt natürlich in Hängeschrank tiefer. Also wir haben hier nur einen kurzen Auszug. Das ist natürlich auch günstig, weil ja hier ein Stuhl steht. Also nicht nur in der Begrenzung der Arbeitsplatte, sondern dann halt auch hier in der Praxis sinnvoll. Flaschenregale. Dann haben wir hier noch mal einen Auszugschrank, der jetzt natürlich allerdings in Übertiefe. Denn wir haben ja hier eine ungenutzte Ecke und die haben wir wieder mit der Übertiefe ausgenutzt und somit noch mal zusätzlichen Stauraum geschaffen. Und dann haben wir räumlich eine Herausforderung und somit war auch hier die L-Lösung völlig fehl geplant. Denn wir haben hier ja ein bodentiefes Fenster und ich messe gleich noch mal nach, einen Wandabstand vom Fenster bis zur Ecke von 23,5 cm. Das heißt, wenn wir hier eine Hochschulanlage hätten oder mit normalen Unterschränken angekommen wären, wäre das Fenster hier an der Stelle zugebaut. Man hätte es nicht benutzen können. Und wir haben hier mit unserer Lösung jetzt hier noch einen Übergang geschaffen. Quasi, wir haben hier eine Sonderlösung, indem wir hier noch mal Unterschränke mit Drehtüren, Einlegeböden nochmals in der Tiefe gekürzt haben und haben hier dann einen wunderbaren Abschluss geschaffen und das Küchenprojekt an der Stelle rund gemacht. Aber wir sind immer noch nicht fertig, denn wir haben ja auch hier noch die beiden Hängeschränke und zwei Hängeschrankregale. Wir haben wieder hier Kurbus-Außenseiten lackiert, wir haben die Front lackiert in Mattlack im Viktoria-Grün und wir haben hier die Regale in Ferro-Schwarzgold. Aber Moment einmal, Regale in Ferro-Schwarzgold gibt es doch gar nicht. Warum haben wir jetzt hier Regale in Ferro-Schwarzgold im Hängeschrankbereich und auch die Weinregale, also wer es vorhin schon gesehen hat, die sind hier Ferro-Schwarzgold. Warum? Hätten wir hier schwarze Regale genommen, wären diese viel zu dominant gewesen. Und jetzt noch mal einen vierten Farbton reinzubringen, wäre einfach, oder das ist ja schon der fünfte, denn dann haben wir ja noch den schwarzen Jalousie-Schrank. Wenn wir jetzt noch mal einen anderen Farbton reingebauen, wäre das Ganze zu unruhig. Also haben wir hier wieder handwerkliches Geschick an den Tag gelegt und zwar haben wir hier aus Plattenmaterial die Regale selbst gebaut, selbst kreiert und ja, wie gesagt, das Ergebnis kann sich an der Stelle sehen lassen. Schreibt gerne eure Meinung zu dieser Küche in die Kommentare. Wenn euch das Video bei eurer Küchenplanung geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben und ihr wisst, unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchenlogo, das ist kostenfrei. Und weitere inspirierende Küchenvideos findet ihr über die Links und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Vielen Dank. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.